La Vengadia ist eine katalanische Tageszeitung mit Sitz in Barcelona. Sie erscheint im Verlag Grupo Godo. Die verkaufte Auflage betrug im Jahr 2006 durchschnittlich 202.161 Exemplare, damit ist sie die meistverkaufte Zeitung in Katalonien. Die Zeitung wird im Berliner Format gedruckt. Chefredakteur ist Jose Antisch. Sie steht politisch der christdemokratisch-regionalistischen Partei Convergenciae Unional. Geschichte Die Zeitung erschien erstmals am 1. Februar 1881. Bei ihrer Gründung war sie als Kommunikationsmittel der liberalen Partei geplant, um den Stadtrat zu kontrollieren. Bis 1887 blieb sie mit der Partei verbunden. Ab dem 1. Januar 1888, dem ersten Tag der Weltausstellung in Barcelona, erschien sie als unabhängige Tageszeitung mit zwei Ausgaben morgens und nachmittags. Im Spanischen Bürgerkrieg war die Zeitung nach eigener Aussage wichtigstes Organ der Generalitat bzw. auch der republikanischen Regierung. In dieser Zeit schrieben unter anderem Antonio Machado, Boschi Gimpera, Ehrenburg, Malraux, Maxa UB und Ramon J. Sender für La Vengadia. Während der Franco-Diktatur wurde La Vengadia zur meistgelesenen Zeitung Spaniens vor der konservativ-monarchistischen ABC. Politisch passte sie sich den ideologischen Vorgaben des Regimes an und wechselte vorübergehend auch ihren Namen in La Vengadia Espanola. Dabei vertrat sie allerdings vornehmlich wirtschaftsliberale Positionen und verteidigte deshalb die wirtschaftliche Öffnung nach außen. Ab den frühen 70er Jahren setzte sie sich für politische Reformen aber nicht für einen radikalen Regimewechsel ein. Im Verlauf der Trensischen legte die Zeitung den Namenszusatz wieder ab und unterstützte vor allem die Dezentralisierung Spaniens und den gemäßigten katalanischen Nationalismus. Seitdem verlor sie gegenüber den neu gegründeten Madrider Tageszeitungen El Pace und El Mundo sowie gegenüber ABC an Leserschaft. Hielt sich aber als die meistgelesene Zeitung Kataloniens. Im April 2004 wurde nach rund 100 Jahren der alte Geschäftssitz in der Carripella I28 aufgegeben und ein neues Redaktionsgebäude in der Avinguda diagonal bezogen. La Vengadia erscheint in spanischer Sprache und seit dem 1. März 2011 auch in katalanischer Sprache. Zu den Kolumnisten der Zeitung gehört U. A. Quimmonso. Der Kaufpreis in Spanien beträgt 1,20 Euro, in Deutschland 2,10 Euro. Im Zeitschriftenarchiv der La Vengadia können alle Ausgaben seit 1881 kostenlos eingesehen und durchsucht werden.